Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Tageshoroskop am 26. November 2018 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, also nicht wundern, wenn ich erzähle, Sonne, Mond, Planeten platzieren hier und dort. Es ist anders als in westlichen Horoskopen. Warum? Weil die indischen Astrologen berücksichtigen, dass unser Sonnensystem eine gewisse Bewegung hat. Das nennt man Präzession. Also es ist eine andere Berechnung, ein anderes Ergebnis. Vor ich starte, möchte ich noch meine beiden neue Angebote ankündigen. Einmal die WhatsApp-Beratungen für 10 Euro. Meine Nummer ist unten in der Infobox. Und da biete ich auch Handlesen an. Mich fasziniert Handlesen. Da sind die ganzen Planeten, auch die Finger sind zum Planeten zugeordnet. Auch die Linien, Liebeslinien, Kupflinie, Schicksalslinie und Herzlinie natürlich auch sehr, sehr wichtig. Also das kann man auch astrologisch auch zuordnen. Und ich biete als WhatsApp-Beratung an. Dazu benötige ich zwei Fotos. Einmal von linker Hand, einmal von rechter Hand. Wenn jemand Linkshändler ist, bitte dazu schreiben, weil das muss anderes deuten. Und schreibt noch dazu die Geburtsdatum. Die zweite Angebote ist ein Überraschungsangebot und das gilt bis 31. Dezember 2018. Ich möchte meine Dankbarkeit damit ausdrücken und euch ermöglichen, dass ihr euren Geburtshoroskop kennt und auch die Jahreshoroskop. Und das biete ich an als Videoberatung, selbstverständlich anonym. Das beinhaltet eine Geburtshoroskop-Analyse und ein Jahreshoroskop für 25 Euro. Und das könnt ihr ab sofort buchen. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung.at. Denderasuzanna.medici.com Und jetzt zu diesen vier Elementen. Wir haben vier Grundelementen. Feuerelement, das zeigt die Begeisterung, die Leidenschaft, die Aktivität. Feuer und Flamme zu sein von etwas und auch Kraft und Mut. Die Erde-Element zeigt die Realität. Auch die Materie, auch die Finanzen und auch dieses Gefühl vermittelt, einen festen Boden unter den Füßen zu haben. Die Luft-Element bringt uns Leidigkeit. Etwas spielerisch betrachten. Oder hat einen Bezug zur Kommunikation, weil die Worten werden auch über Luft vermittelt. Und vieles loslassen, damit wir in diese Leidigkeit kommen. All das, was uns betrügt, was so schwer ist, das verlassen und so kommen wir zum Luft, zum Aufatmen. Die Wasser-Element hat einen Bezug zu unserem Unbewussten, unseren Träumen, Sehnsüchten, auch zum Traumbilden und zeigt unseren Gefühlen. Die Tierkreis zeichnen wieder gehört zum Feuerelement. Die Tierkreis zeichnen Löwe gehört auch zum Feuerelement. Die Tierkreis zeichnen Schütze gehört auch zum Feuerelement. Wie der Löwe schütze. So ist es sichtbar. Die Tierkreis zeichnen Steinbock gehört zum Erte-Element. Stier gehört auch zum Erte-Element. Und Jungfrau gehört auch zum Erte-Element. Die Tierkreis zeichnen Waage ist Luft-Element. Wassermann ist auch Luft-Element. Und die Zwillinge ist auch Luft-Element. Die Tierkreis zeichnen Krebs gehört zum Wasser-Element. Skorpion ist auch Wasser-Element. Und die Tierkreis zeichnen Fischen ist auch Wasser-Element. Vielleicht so ist es besser und ist sichtbar. So sind die Tierkreis zeichnen unterteilt nach den Elementen. Und wo befindet sich Sonne, Mond und die Planeten? Nach indischer Berechnung, das muss ich dazu sagen, das ist anderes als die westlichen Horoskop. Sonne befindet sich im Tierkreis zeichnen Skorpion. Ich setze Sonne zum Skorpion. Das ist fix Tierkreis zeichnen. Das heißt, es ist sehr emotional, drückt Gefühle aus, zeigt die Transformation, auch die inneren Kraft, das Leben zu erhalten, auch die Sexualenergie, aber hält etwas fest. Mond befindet sich in Tierkreis zeichnen Zwillinge. Das ist Luft-Element und veränderlich, also kommt mehr in Bewegung, kommt Leitigkeit. Mars befindet sich im Tierkreis zeichnen Wassermann, ist auch Luft-Element, aber neigt etwas zum Festhalten. Ich setze Mars zum Wassermann. Merkur ist rückläufig. Diese Rückläufigkeit kann vieles bedeuten. Entweder können wir gerade uns nicht ausdrücken, weil uns bremst etwas. Natürlich kann auch bedeuten, dass alte Themen kommen wieder hoch, oder jemand meldet sich von Vergangenheit, aber kann auch Verzögerungen bedeuten. Ein Termin klappt nicht, oder diese Verträge verzögern sich ein bisschen, geht nichts voran. Mindestens hat man das Gefühl, dass man nichts vorangeht. Merkur befindet sich in Tierkreis zeichnen Skorpion. Ich setze Merkur zum Skorpion. Jupiter zeigt unserem inneren Sonnen, unserem Größe, aber wir dürfen das auch nicht übertreiben, uns selbst überschätzen, sonst laufen wir auch in Gefahren, sondern in gesundem Maß bleiben. Und wenn wir mit unserem Größen bewusst sind, haben wir auch Glück, weil Jupiter vermittelt auch Glück und vertritt auch die Gerechtigkeit. Und zwar die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Und das heißt, alles, was wir in Ursache setzen, das gehört immer wieder zurück. Vielleicht nicht in diesem Leben, aber spätestens im nächsten Leben, weil die Karma unserer Seele muss das ausgleichen. Aber Jupiter zeigt auch die Ungerechtigkeiten im Leben, dass man da die Augen öffnet, damit wir das auch erkennen. Und das ist auch weise, die Realität zu sehen. Jupiter befindet sich nach indischen Berechnungen auch in Tierkreis zeichnen Skorpion. Und das ist auch der Sonnenaufgang. Das heißt, hier sind auch Themen, besonders bei Skorpion geboren, etwas sichtbar machen. Ein Aufstieg, wie ein Sonnenaufgang, auch die Wahrheit ansprechen, die Wahrheit erkennen, aber bedeutet auch, das Selbst in Ausdruck zu bringen, bemerkbar machen, das Auftreten, etwas in Glanz zu bringen. Oft ändert sich dann auch die äußeren Erscheinungsbild, wie neue Frisur oder neue Farbe. Und das ist auch das Monatsthema, was die Skorpion vermittelt uns alle. Monatsthema ist all das, was die Skorpion verkörpert. Das ist Magie, das ist die inneren Kraft, die Kraft, die Veränderungen, die Transformation und auch die Sexualenergie. Und das ist nicht nur die Sexualität genießen, weil das befreit auch. Natürlich braucht man die Wasserelemente dazu und das ist die Gefühle. Aber diese Sexualenergie auch etwas, was im Ausdruck bringt. Das männliche und weibliche Prinzip ist das Denken und Fühlen, das Miteinander vereinen. Diese inneren Kraft zeigen, entsteht ein Werk. So wie ein Kind geboren wird, so ist es unserem Lebenswerk. Das ist auch diese Energie. Die Quelle ist das Gleiche. Und das ist die Pluto-Energie. Und Pluto herrscht über die Tierkreiszeichnen Skorpion. Venus befindet sich in Tierkreiszeichnen Waage, gehört zum Luftelement. Ich setze Venus zu Waage und Saturn erdet. Saturn ist in der Mitte und gibt uns Halt. Sicherheit, Stabilität, eine Struktur und belehrt uns. Was erdet uns? Wir brauchen hier einen Ausgleich. Wir sehen auf dem ersten Blick, Wasser-Element ist betont. Das heißt, wir sind sehr emotional zurzeit. Und das Luft-Element ist betont. Und das bedeutet, Leichtigkeit manchmal, Leidsinnigkeit. Und was fehlt uns? Das ist das Feuer-Element, komplett fehlt. Und das Erd-Element fehlt auch komplett. Das brauchen wir aber auch. Wir brauchen die Herzenswärme. Wir brauchen die Begeisterung. Wir brauchen die Kraft. Wir brauchen den Mut, die Aktivitäten. Und wir brauchen auch Geld und Finanzen und Arbeit und Sicherheit und Stabilität. Und es ist auch wichtig, die Natur, unseren Planet Erde, auch mal wahrnehmen. Und das fehlt als Ausgleich. Das ist einseitig. Das ist wunderbar, aber einseitig. Und so kommen wir in Harmonie. Was uns Saturn zurzeit, das ist längere Zeit, weil Saturn ist länger, in Tirkel zeichnen, Schütze, nach indischem Berechnung. Dass hier die Schütze ist, für eine längere Zeit unsere Lernaufgabe. Das Leben wie eine Abenteuerreise, betrachtet, aber nicht sinnlos und nicht stressig, ohne Plan und ohne Ziele. Dann verlaufen wir im Wald und dann fühlt sich das an wie ein Dschungel und wir finden nicht raus, wie in einem Labyrinth. Die Schütze zeigt doch alles. Die zeigt mit diesem Pfeil die Richtung. Und das ist die Richtung unserem Galaxie, die Zentrum unserem Galaxie. Was bedeutet das in unserem Leben? Das sind unsere Wünsche. Das als Ziel setzen. Dann konzentriert aber auf dem Ziel bleiben. Natürlich, diese Konzentration kommt mehr von Tirkel zeichnen, Steinbock, aber das kann man auch lernen, das zu beherrschen. Und das ist jetzt die Elementenverteilung. Wir haben noch äußeren Planeten, die langsame Planeten. Das hat auch ein großer Einfluss auf unserem Leben, aber weniger auf unseren Alltag, auf unsere Persönlichkeit. Das sind mehr so große Veränderungen im Leben oder das, was im Welt passiert. Und die äußeren Planeten sind Uranus, Neptun, Pluto. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen. Das wirkt gerade von Tirkel zeichnen wider. und das heißt Neuanfang. Auch Mut zu haben, etwas Neues zu wagen. Diese Rückläufigkeit zeigt noch alten Themen, dass etwas kehrt zurück von Vergangenheit oder wir blicken zurück in die Vergangenheit. Kann auch bedeuten, dass die Veränderung noch etwas gebremst ist, dass es noch gar nicht der richtige Zeitpunkt ist. Uranus steht in Verbindung zu beiden Mondknoten. Die absteigende Mondknoten ist die Vergangenheit, das alte Karma. Die aufsteigende Mondknoten ist die neue Richtung. Die Vergangenheit spüren gerade die Steinbockgeborenen, da ist die absteigende Mondknoten oder Ketu, die Drachen Schwanz in indischen Astrologie oder die Suche nach etwas Neues und das ist die Richtung gerade bei Tierkreis zeichnen Krebsgeborenen. Sie suchen ihren Aufgaben, sie suchen ihren Platz im Leben. Einige Krebsgeborenen neigen auch zum Ausland und Uranus aktiviert die beiden Knoten. Und das muss im Gleichgewicht bleiben, weil all das, was in Vergangenheit passierte, ist nicht alles schlecht. Da sind so viele Schätze da, Talente, Fähigkeiten, wunderbare Begegnungen. Das muss auffrischen, bewahren, behüten und das Schützen auch. Und die neue Richtung, natürlich, das sind die Neuigkeiten und das sind wichtige Lebenserfahrungen, weil das befreit auch. Und diese Linie Vergangenheit und Zukunft, das zeigt Krebs und die Tierkreis zeichnen Steinbock und Krebs. und das muss ausbalancieren, im Gleichgewicht bringen und wo wir die Halt bekommen. Die Stabilität, das ist immer in die Mitte und das zeigt uns Saturn. Neptun hat die Rückläufigkeit beendet, Neptun ist direktläufig und da sind die Träume, die Visionen, die Kreativität und Spiritualität befindet sich diese Neptun-Energie in Tierkreis zeichnen Wassermann und Pluto ist die inneren Kraft. Wenn wir das beherrschen, haben wir Macht über unserem Leben, drückt auch Macht aus. Die Pluto-Energie ist in Tierkreis zeichnen Schütze. Nach indischen Berechnung, das muss ich dazu sagen. So ist die Unterteilung und welche Verbindungen haben wir außer Uranus und Mondknoten. Jupiter und Sonne steht in Verbindung in Tierkreis zeichnen Skorpion. Die wirken zusammen. Sonne ist die Erfolg. Sonne bedeutet Glanz. Sonne bedeutet auch das Sehen. Etwas klar und deutlich erkennen. Symbolisiert auch unserem Selbst. Hat einen Bezug zu unseren Herzensangelegenheiten. Und Jupiter gibt die Chancen, die Möglichkeiten, dieses Glück zu haben, das Verwirklichen. Aber das ist wichtig, die Bewusstsein, dieses Bewusstsein zu haben, mit unseren Werten klar werden. Nicht zu wenig, nichts zu viel. Im richtigen Maß zu bleiben und dazu stehen, das vermitteln. Das bringt gerade Erfolg. Die beiden wirken zusammen. Jupiter symbolisiert auch die inneren Sonne. Warum? Das ist auch ganz logisch zum Erklären. in unserem Sonnensystem bildet sich Jupiter einen inneren Sonnensystem mit seinen Monden. Genau. Und welche Verbindung herrscht noch? Also Jupiter und Sonne steht in Konjunktion, sie wirken zusammen, wirksam ist von Skorpion, das ist die Wandlung und Veränderungen mit unserem Bewusstsein kommen. Mars und Merkur steht in Entspannung. Mars in Tirk rei zeichnen Wassermann, Merkur in Tirk rei zeichnen Skorpion, die vertragen sie sich nicht. Warum? Kommt auch von die Elementen. Für diese Luftelemente ist zu viel Wasser, zu viel Gefühl, die Luft geht aus, wie bei Schwimmen, wenn das zu viel Wasser ist, irgendwann haben wir keine Luft mehr. Also das verträgt sich nicht. Für die Wasserelemente Luft, das sind Stürme in unserem Gefühl und das löst ein Gespräch aus. Entweder kommt dieses Gespräch von einer männlichen Person oder die Männer fühlen sie sich gerade. Ihr Innenleben ist stürmisch, sie wissen nicht, was sie sagen sollen und es fehlt die Harmonie bei die Kommunikation und die Damen übertreiben vielleicht etwas. Zu viel Wasser, zu viel Emotionen, zu viel Gefühl, der Mann hat keine Luft mehr, entsteht bei Kommunikationsspannung, also diplomatisch sein, weniger ist manchmal mehr. Saturn steht in die Mitte und versucht beide Planeten ausbalancieren, hat ein guter Einfluss auch auf Merkur, auch auf Mars und das bedeutet die Gefühle ernst zu nehmen, die Gefühle ernst zu nehmen, überlegen, was man sagt und so kann man diese Spannung entspannen. Mond befindet sich im Mondhaus Punarvashu, in indischen Astrologie gibt es Mondhäuser und das ist die Tagesbewegung des Mondes, das heißt die zwölf Tierkreuzzeichen sind nochmal unterteilt, nicht nur für die zwölf Tierkreuz, nicht nur in diesen zwölf Abschnitten, sondern es sind kleineren Abschnitten und symbolisiert die Tagesbewegung des Mondes. Das sind diese Mondhäuser. Der Mond befindet sich in Tierkreuzzeichen eine Zwillinge und dieser Mondhaus heißt Punarvashu und wird von Sirius bestrahlt. Sirius ist ein hellläutender Stern im Himmel. Das wurde bei Ägypter verehrt. Die ganze Pyramide, die richten sich nach Sirius. Warum? Das ist auch logisch zum Erklären. Sirius befindet sich in einem Sternbild und dieses Sternbild heißt Große Hund und dieser Große Hund gehört zum Orion. Und dieser Große Hund zeigt die Richtung, zeigt nach Polarstern und das dient zur Orientierung. Das sind die Ziele und Konzentration. Und dieser Sirius beleuchtet den Weg, konzentriere in die Richtung, was in deinem Herzen liegt. Setz Ziele und gib das nicht auf. Lass dich nicht ablenken oder zweifeln nicht daran. Geh geradeaus in diesem Weg. Und dieser Weg wird gerade von Sirius beleuchtet. Und der Mond saugt das alles auf und das Universum nimmt alles auf, empfänglich und behält es nicht, sondern reflektiert uns weiter. Das ist wie eine Antenne. Und das ist die Botschaft, die die heutige Energie beeinflusst unseren Alltag, beeinflusst unseren Gefühlen, hilft bei Entscheidungen. Und das war mein heutiger Tageshoroskopf am 26. November 2018. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich Willkommen in diesem kurzen Infovideo. Ein ganz tolles Angebot für Weihnachten. Weihnachten nähert sich. Und ich dachte, ihr sollt euch selbst auch mal beschenken. Und dazu ist dieses Weihnachtsangebot. Ich bitte euch, schreibt mir ein E-Mail. Beschreibt euren Lebenssituation. Auch was wollt ihr verändern, verbessern. Ob das beruflich ist oder finanziell oder betrifft es die Liebe, Partnerschaft. All das, was euch gerade beschäftigt. Auch eure Wünsche und Sehnsüchte, aber auch euren Zweifel und Ängste. Dann schreibt bitte dazu euren Geburtsdatum mit Uhrzeit, wenn das möglich ist, weil das brauchen wir für die Ritual. Dann werde ich etwas zusammenstellen für euch persönlich. Und das ist maßgeschnitten. Passt auf euren Persönlichkeit, passt auf euren Lebenssituation und hilft und unterstützt euch energetisch. Dieser Ritualset besteht aus ein Ritualkerze. Dann kommt dazu ein Ritualöl, wunderbarer Duft. Und noch die Düfte, die Räucherstäbe und einen passenden Halbedelstein. Die Besonderheit an diesem Angebot ist, dass ihr bekommt noch zwei Steine dazu. Zwei Steine aus dem Meer, was ich selber sammle. Eine von diesen beiden Sterne soll euch innerlich stärken. Das ist ein Geschenk von mir aus Dankbarkeit. Und der zweite Stein wird mit Energie aufgeladen. Die weibliche Energie des Meeres. Und meine persönliche Energie ist auch weiblich. Und dann kommt die Sonnenkraft dazu und die schamanischen Trommel. Das ist die männliche Energie und bildet sich eine Einheit. Und ich male noch dazu ein Runensymbol auf diesem Stein. Passend auf euren Situation, passend auf euren Persönlichkeit. Und diesem Runenstein dient als Amulett. Das schützt euch, hilft, dass alles in Bewegung kommt und bringt euch Glück. Diesen besonderen Runenstein als Amulett könnt ihr selbstverständlich auch separat bestellen. Der Preis beträgt 10 Euro. Wenn Interesse besteht, dieses Weihnachtsangebot zu nützen, für euch persönlich oder wollt ihr jemand beschenken, dann schreibt mir bitte ein E-Mail. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung-at-denderasusannamedici.com Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich Willkommen bei diesem Info-Video. Ich habe eine Aufnahme gemacht über Herzöffnung und Herzheilung. Diese Aufnahme werde ich nicht veröffentlichen. Das ist nur für diejenigen zugänglich, die wirklich wahre Interesse haben, darüber etwas erfahren. Dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link dazu. Dieses Video ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung-at-denderasusannamedici.com Das hat mit Beratungen nichts zu tun. Ich habe gesagt, diese Aufnahme ist kostenlos. Thema ist Herzheilung und Herzöffnung. Bei Herzheilung geht es nicht um den gesundheitlichen Zustand, sondern wenn etwas weh tut, was könnt ihr machen, das euch besser geht. Und bei Herzöffnung, was könnt ihr tun, dass ihr offener seid für die liebe Partnerschaft, aber nicht nur ihr selbst, sondern was könnt ihr bewegen, dass euren Partner, Wunschpartner oder Partnerin bereit ist über Gefühle zum Sprechen, aber nicht nur Sprechen, sondern das auch Zeigen und auch Annehmen. Immerhin ist es ein Geben und Nehmen. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Und jetzt auch in Bezahein. Ich bedanke mich für die Interesse. Und jetzt auch in Bezahein. Mein Name ist Denderaus. Es gibt Denderaus.